Null Sterne Deluxe, Folge 13. Wie Mama oder Omi, brauchst du keine Tipps von angesagten Sterneköchen oder hippen Foodbloggern, sondern praxisnah und bodenständige Hilfe. Ohne Schnick und Schnack. Und hier ist dein Gast. Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Na ihr? Schön, dass ihr auch diese Woche bei unserem zweiten Sommerquickie dabei seid. Wenn ihr nicht mitbekommen habt, warum die Folge von dieser und nächster Woche so kurz sind, dass ich sie Quickie nenne, dann hört doch nochmal in die letzte Folge rein. In Folge 12 habe ich es einmal ausführlich erklärt, außerdem erhaltet ihr da ein Mega-Rezept für die weltbeste Kräuterbutter. Als nächstes Grill mit Bringsel habe ich für euch aber etwas anderes vorbereitet. Obwohl, eine Gemeinsamkeit gibt es auch zur Kräuterbutter. Das heutige Grill mit Bringsel passt ebenfalls hervorragend zu einem Stück Baguette. Gibt es bei euch in einem dieser größeren Supermärkte auch so einen Verkaufsstand im Eingangsbereich, bei dem ihr neben Oliven, Schafskäse und türkischem Fladenbrot auch diese fantastischen cremeartigen Dips in allen möglichen Geschmacksrichtungen kaufen könnt? Seid ihr auch jedes Mal versucht, dort stehen zu bleiben und euch durchzuprobieren? Und macht ihr das genau wie ich, in nur ganz, ganz seltenen Fällen? Weil ihr wisst, dass ihr danach viel zu viele von diesen Dips nach Hause bringt und ihr wieder 20 Euro ausgegeben habt, die ihr vorher nicht einkalkuliert hattet, weil ihr eigentlich nur den Auftrag hattet, mal eben einen Liter Milch zu kaufen? Wenn ihr jetzt innerlich genickt habt und wisst, wovon ich spreche, dann ist diese Folge von Null Sterne Deluxe genau das Richtige für euch. Heute verrate ich euch, wie ihr preiswert und mit wenigen Zutaten eine dieser Cremes selber herstellen könnt und wenn ihr das hinkriegt, dann könnt ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen, Wenn ihr in die Basiscreme, welche aus nur zwei Zutaten besteht, andere geschmacksgebende Gemüse und oder Gewürze einarbeitet, könnt ihr im Handumdrehen euer eigenes Lieblingssortiment erstellen. Also lasst uns einfach anfangen, es soll ja ein Quickie werden. Für eine große, ordentliche Portion der türkischen Schafskäsecreme, die also groß genug ist, dass man sie auch zu einer Grillparty mitnehmen kann, ohne sich lächerlich zu machen, benötigt ihr Ihr seht also, ihr seid bereits mit fünf Zutaten dabei, wenn ich die Deko, also dieses spezielle Paprikapulver, weglasse. Die Zubereitung ist genauso einfach wie die kurze Zutatenliste, welche ihr in den Shownotes zu dieser Folge auch nochmal nachlesen könnt. Zerbröselt den Schafskäse ein wenig zwischen euren Fingern in eine Schüssel hinein. Übrigens geht beim Thema Schafskäse, Ziegenkäse und Feta einiges durcheinander, sodass ich euch diesmal eine kleine konkrete Empfehlung mit auf den Weg gebe, da die Folge keinen theoretischen Teil haben soll, was die Folge wiederum aufblähen würde. Wenn ihr keinen türkischen Lebensmittelhändler eures Vertrauens habt und im Supermarkt einen vernünftigen Schafskäse kaufen wollt, dann kann ich euch die Marke Salakis empfehlen, weil diese einfach einen guten Geschmack auf den Tisch bringt. Leider ist in diesem Segment auch viel schrottige Ware in den Supermärkten und Discountern erhältlich, und wenn ihr zum falschen Käse greift, ruiniert dieser das ganze Rezept. Wenn ihr aber einen Schafskäse kennt, der euch gut schmeckt, dann kauft bitte diesen bedenkenlos. Ich möchte euch nur vor Billigware beschützen. Da wir am Ende die Creme mit einem Pürierstab herstellen werden, ist es auf jeden Fall sinnvoll, den Schafskäse bereits mit den Fingern etwas zu zerbröseln. Fügt den Schafskäsebrocken jetzt 100 Gramm türkischen Sahnejoghurt bei. Er sollte mindestens 10% Fett haben. Wenn ihr hier am Fett spart, habt ihr definitiv am falschen Ende gespart und werdet den gewünschten Geschmack nicht erzielen. Wenn es bei euch im Supermarkt keinen türkischen Sahnejoghurt gibt, könnt ihr bedenkenlos auch griechischen Sahnejoghurt kaufen. Das macht wirklich keinen Unterschied. Jetzt bringen wir Geschmack und Farbe hinein, indem wir 1 Teelöffel Tomatenmark und 25 Gramm getrocknete Tomaten in Öl hinzufügen. 25 Gramm getrocknete Tomaten sind in etwa 3 Stück. Wenn ihr 4 nehmt, ist es aber auch passend. Und ach ja, wenn euch ein wenig von dem Öl, in dem die Tomaten eingelegt sind, versehentlich mit in die Creme gelangt, dann ist das auch nicht weiter schlimm. Ich persönlich liebe ja Knoblauch und kann nicht genug davon bekommen. Wenn ich in einem Kochbuch ein Rezept mit Knoblauch sehe, verdoppelte ich daher grundsätzlich die dort angegebene Knoblauchmenge, damit ich auf meine Kosten komme. Bei diesem Rezept möchte ich euch jedoch dringend davon abraten. Glaubt mir, ich hab's versucht. Eine Zehe ist perfekt. Zwei Zehen sind verkackt. So, wir nähern uns dem Finale. Ihr habt jetzt Schafskäse, Joghurt, Knoblauch, Tomatenmark und getrocknete Tomaten in Eurer Schüssel. Nehmt einen Pürierstab und mixt das Ganze ordentlich durch, bis eine homogene Creme entstanden ist. Achtet dabei darauf, dass ihr die Knoblauchzehe gut erwischt, damit sie wirklich komplett zerkleinert wird. Die Creme ist jetzt fertig und kann von euch in eine Schüssel eurer Wahl umgefüllt und mit dem Paprikapulver dekorativ bestreut werden. Das Isot-Paprikapulver habe ich bislang lediglich in türkischen Lebensmittelläden gefunden. Der Geschmack ist zunächst süß-säuerlich, dann kommt eine milde Schärfe zum Vorschein. Die relativ großen Schoten dieser Paprika werden geerntet, wenn sie dunkelrot und reif sind. Der Trockenprozess ist zweigeteilt. Tagsüber liegen die Früchte in der Sonne und nehmen nach und nach eine violett-rote Farbe an. Über Nacht werden sie mit Tüchern abgedeckt, damit sie schwitzen. Der dadurch eingeleitete Fermentationsprozess sorgt dafür, dass die ätherischen Öle erhalten bleiben. So kommt es, dass auch die getrockneten Früchte eine gewisse Restfeuchtigkeit erhalten. Wenn ihr keine Idee habt, woher ihr dieses Paprikapulver bekommen sollt, ist das nicht weiter ärgerlich. Es hat in diesem Rezept eher einen dekorativen Zweck und muss seine geschmacklichen Aspekte gar nicht besonders entfalten. Es ist daher ohne weiteres möglich, eine andere Variante der Deko zu wählen. Eine passende Alternative wären zum Beispiel Sesamsamen, die du im Idealfall vorher ganz kurz in einer Pfanne anröstest. Willst du es einfacher bzw. machst du die türkische Schafskäsecreme nur für dich? Das heißt, die Optik ist dir jetzt erstmal egal, du willst einfach nur den Geschmack. Ja, dann lass die Deko einfach ganz weg. Es schmeckt auch so hervorragend. Mit diesem Rezept bist du jetzt in der Lage, dir deine eigenen Schafskäsecremes herzustellen. Wenn du mit dem Gemüse und den Gewürzen experimentierst, wirst du sicher schnell auf Kreationen kommen, die dein persönlicher Favorit werden. Nach dieser Folge hast du nun zwei Geschenke am Start, die du bei deiner nächsten Einladung zum Grillen mitbringen kannst. Ich hoffe, ihr seid in der kommenden Woche beim nächsten Sommerquickie auch wieder dabei. Fürs nächste Mal habe ich mir ein Grill mit Bringsel ausgedacht, dass du in fünf Minuten ohne Kochkenntnisse zubereiten kannst und trotzdem reihenweise Komplimente absahnen wirst. Lass dich also nochmal überraschen. Zum Schluss der Folge kommt wie immer die obligatorische Bettelei. Lass uns versuchen, das gute alte Mund-zu-Mund-Prinzip nochmal zu testen. Hast du in deinem Freundeskreis vielleicht eine Freundin, einen Freund, dem dieser Podcast gefallen könnte? Und gefällt er dir so gut, dass du ihn weiterempfehlen würdest? Wenn jeder von euch nur eine Person kennt, die Spaß an meiner Mischung aus Fakten, Rezepten und Anekdötchen hätte, dann würde Null Sterne Deluxe schneller wachsen, als ich zu hoffen wage. Bist du noch so oldschool? Redest du mit deinen Freunden und Bekannten? Dann hilf mir, mit diesem Podcast weiterzumachen und empfehle Null Sterne Deluxe dieser einen Person. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian. Dieser Podcast ist nicht kommerziell. Für Produkte, die ich erwähne oder empfehle, erhalte ich keine Zuwendung irgendwelcher Art. Ich empfehle sie ausschließlich aufgrund meiner persönlichen Erfahrung und Überzeugung. Alle Meinungen, die ich hier vertrete, sind ebenfalls aufgrund meiner Erfahrung gebildet. Das heißt, ich erhebe keinen Anspruch darauf, dass sie die letzte Weisheit darstellen. Wenn du Meinungen, die ich hier äußere, nicht teilen kannst, dann ist das legitim und toll. Denn das bedeutet, dass du dich mit dem jeweiligen Thema bereits auseinandergesetzt hast. Das heißt, ich erhebe keinen Anspruch darauf, dass sie die letzte Weisheit darstellen.